Das stimme ich nicht zu, und zwar gar nicht, weil die Europäische Union ja eine Wirtschaftsunion ist im Prinzip und dann hat das eigentlich mit den offenen Grenzen nur peripher zu tun. Wir erinnern uns, die offenen Grenzen sind ja nicht von Anfang an in der EU gewesen, sondern das ist ja eine Errungenschaft, die dann später gekommen ist. Und ich glaube, dass da nichts passieren würde, wenn man wieder bessere Grenzkontrolle machen würde, was sicher zum Vorteil der Sicherheit wäre. Und als Polizeibeamter spreche ich da aus der Erfahrung.